Ich als Kunde, ich schaue mir häufig Unternehmensbewertungen an und gucke, okay, wie steht es um das Unternehmen? Und besonders bei den kritischen Bewertungen schaue ich genau hin. Ich bin so ein Mensch, ich gucke mir erst an, was sind die guten Bewertungen, dann schnappe ich mir so zwei schlechte Bewertungen, gucke, was war die Reaktion des Unternehmens? Wie sind die mit der Kritik umgegangen? Wie sind die eben damit umgegangen, wenn einem Gast oder einem Kunden etwas nicht gefällt? Und dann entscheide ich mich vielleicht für das Unternehmen, weil ich sehe, hey, die sind offen, die haben das Mindset für Entwicklung. Genau dieses Intro, was Sie gerade gesehen haben, hat mich vor vielen Jahren magisch in den Bann gezogen. Naja, nicht ganz genau dieses Intro, denn es ist ja eine leichte Abwandlung von dem eigentlichen Original. Aber die Magie dahinter macht so viel aus, dass ein Intro einen in den Bann zieht. Und das ist ähnlich wie ein gutes Buch. Das Vorwort lockt einen an, man liest weiter und wird magisch in die Geschichte hineingezogen. Für mich war es so, da war ich ungefähr so groß. Ich war nicht mal ganz sechs Jahre alt und Geschichten waren für mich was total Besonderes. Jede Geschichte, die man mir vorgelesen hat, hat mich in eine andere Welt hineingezogen. Ich konnte kurz aus dem Alltag ausbrechen. Ich konnte kurz aus dem fliehen, was ich als Kind vielleicht nicht so mochte. Ich war für viele damals ein Träumer. Heute bin ich erwachsen. Naja, und für viele wäre ich immer noch ein Träumer, wenn ich Geschichten lese. Aber heute bin ich so weit, dass ich Geschichten für andere erzählen darf. Mein Name ist Oliver Albrecht, bin Regisseur und Medienexperte. Und wenn es darum geht, Geschichten sichtbar zu machen, dann ist es mein Feld. Ich liebe es, für Marken und Unternehmen eine Geschichte zu erzählen. Einfach mal rauszuziehen aus dem Alltag. Den Zuschauer einer Marke einfach mal mitzunehmen und zu sagen, hey, was hast du heute erlebt? Vergiss es für einen Moment. Vergiss für einen Moment, was deine Sorgen sind, was deine Probleme sind. Komm für ein paar Minuten oder für ein paar Sekunden mit in meine Welt der Wünsche und der Träume. Und ich glaube, das sollten wir als Marken erzählen. Warum? Naja, ganz einfach. Menschen lieben gute Geschichten. Menschen lieben aber auch Unterhaltung. Und Menschen lieben eins, das ist die Gemeinsamkeit. Und das macht einen guten Film aus. Das macht eine gute Marke aus. Das macht eine gute Markenbotschaft aus. Dass wir einander uns verbunden fühlen. Dass wir einander das Gefühl bekommen, oh, für ein paar Minuten ist mein Leben auf einmal besser. Und ich glaube, da sollten wir viel, viel mehr daran arbeiten als Marken. Denn wir sind so vielen Werbebotschaften den Tag über ausgesetzt, dass wir am Ende vergessen, welche Werbung gefällt uns überhaupt. Oder ist es überhaupt Werbung? Oder kann ich mich damit überhaupt verbinden? Eine gute Marke, und da können wir uns die Großen am Markt anschauen, nehmen wir mal zum Beispiel Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Monster und wie sie nicht alle heißen, Getränkemarken. Sie haben verstanden, wie es funktioniert, und zwar einen Lifestyle aufzubauen. Wir trinken ein Getränk nicht, weil es uns besonders gut schmeckt. Ja, vielleicht auch 49 Prozent davon. Aber 41 Prozent, warum wir genau dieses Getränk wie hin und kein anderes, ist die Marke. Die Marke, die uns damit verbindet, die wir immer wieder auf dem Schirm haben. Wenn wir als Beispiel mal die Firma Coca-Cola nehmen, dann brauchen wir nur einen roten Hintergrund, eine weiße, geschwungene Linie und schon denken alle an Coca-Cola. Warum ist das eigentlich so? Naja, Coca-Cola hat über die Jahre sehr, sehr gute Geschichten erzählt. Und ich glaube, in diese Geschichten geht es rein. Und wie kann man diese Geschichten denn jetzt für Sie im Unternehmen und für Ihr Unternehmen überhaupt greifbar machen? Was gibt es für eine Methode? Kann das eigentlich jeder? Und ja, das kann jeder. Dafür habe ich ein System entwickelt, und zwar die EIS-Methodik. Die EIS-Methodik funktioniert nach sehr, sehr einfachen Beispielen. Sie können die für Ihre Marke nutzen. Sie können das jetzt aufschreiben, Sie können sich aber natürlich auch die Folie herunterladen. Und einfach mal reinschauen, was macht eben diese Methodik mit Ihrem Unternehmen? Und zwar gehen wir in den ersten Schritt. EIS steht für E, für die Emotion. Ein emotionales Bewusstsein wecken. Ein emotionales Bewusstsein erschaffen. Und auch ein emotionales Bewusstsein mit dem anderen gemeinsam aufbauen. Dann gehen wir zu I. Das steht für den IS-Zustand des Zuschauers. Also ein IS-Zustand auflösen. Ein IS-Zustand des Zuschauers überhaupt erst mal erkennen und umwandeln. Und dann gehen wir am Ende in das S, in die Story. Die Story eines Unternehmens ist unglaublich wichtig. Die Story verbindet, die Story macht Gefühle sichtbar und die Story macht auch Gefühle greifbar. Und wenn wir alles drei miteinander verbinden, die Emotionen, den IS-Zustand und die Story, dann kommt etwas Magisches heraus. Dass Werbung nicht mehr Werbung ist. Dass Werbung wirkt wie ein Film, wie eine Unterhaltung. Und wahrscheinlich werden sich die Frage stellen, ja, aber was hat das alles mit meinem Unternehmen zu tun? Ganz einfach. Ihr Unternehmen ist eine Marke. Ihr Unternehmen spiegelt einen Lifestyle wieder. Verkaufen Sie Holz? Verkaufen Sie eine digitale Dienstleistung? Verkaufen Sie ein Sportprodukt, ein Lifestyle-Produkt? Oder sind Sie ein Berater für ein Unternehmen? Verkaufen Sie vielleicht eine Beratungsdienstleistung oder ein digitales Produkt, was sich nicht anfassen kann? Alle diese Produktfelder, alle diese Leistungsfelder haben alle ein und dasselbe gemeinsam. Sie brauchen einen IS-Zustand, sie brauchen ein Gefühl und sie brauchen eine Geschichte. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich kann Ihnen eine gute Webseite empfehlen, dann würde ich sagen, okay, eine Webseite habe ich schon. Was wäre, wenn ich davor eine Emotion packe? Zu sagen, bei uns war es so, dass wir jahrelang eine ganz, ganz schlechte Webseite hatten. Die Texte haben nicht ausgesagt, wer wir sind. Die Texte haben auch den Leser nicht abgeholt und man hat irgendwie nicht verstanden, was wir machen. Gleichenfalls waren auf unserer Webseite Bilder, die gar nicht für uns gesprochen haben, die gar nicht für unsere Leistung gesprochen haben. Und der Kunde hat schlichtweg einfach gar nicht verstanden, was wir getan haben. Dann haben wir eine Emotion. Jetzt kommen wir in den IS-Zustand. Ist das bei Ihnen vielleicht im Unternehmen ähnlich, dass Sie eine Webseite haben, sie funktioniert, Sie verkaufen bereits die ersten Leistungen, aber Sie glauben, da geht noch etwas mehr? Haben Sie das Gefühl von, Sie könnten auf Ihrer Webseite etwas Besseres darstellen? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Webseite vielleicht auch einfach nur einen kleinen neuen Pinsel an Strich braucht? Und jetzt kommen wir in die Story. Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Vor vielen Jahren haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie schaffen wir es, eine Webseite so greifbar zu machen, dass der Kunde beim ersten Blick auf der Webseite ein Gefühl zu Ihnen bekommt, zu Ihrer Marke bekommt. Und genau das liest, was ihm hilft. Den Mehrwert. Die Lösung. Vielleicht auch nur einen Impuls. Und genau da haben wir Punkt, 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 Punkt. Das heißt, wir schaffen eine Emotion, eine emotionale Bindung durch vielleicht eigene Gefühle. Wir schaffen einen IS-Zustand, an dem wir einfach mitgeben, wie steht es gerade vielleicht um Sie, um eine Verbindung zu schaffen dazu. Diese Verbindung muss nicht über Schmerz funktionieren. Sie kann auch über positive Aspekte funktionieren. Es geht nur darum, dass Sie einen IS-Zustand erreichen, und zwar diesen IS-Zustand vom Kunden, den Sie wollen, von Kunden, denen Sie helfen können. Und dann am Ende geht es in die Story, dass Sie abholen, dass Sie verbinden, den Mehrwert, den Sie schaffen, auch zu verknüpfen. Das heißt, die Emotion von das Problem hatten wir über den IS-Zustand. Da stehen Sie vielleicht gerade oder da sind Sie mit Ihren Gedanken. Hin zu der Story, da wollen Sie hin, das wollen Sie vermitteln. Dann drücken Sie hier. Das ist die einfache EIS-Methode. Und damit diese Methode nicht nur eine Methodik bleibt, habe ich hier mal ein kleines Beispiel für Sie mitgebracht. Wir arbeiten in der Eventbranche für Kunden wie Tobias Beck, Hermann Scherer, Dennis Scharnweber, das Genius Forum und viele, viele andere Events. Wir arbeiten aber auch im Mittelstand. Und zwar arbeiten wir unter anderem für das Steigenberger. Und das Steigenberger Kammtema hat letztens mit einem wunderbaren Spot gedreht, zu Zeiten, wo es für die Tourismusbranche etwas schwieriger war. Wo es für die Tourismusbranche so schwer war, dass man überlegen musste, welche Geschichten erzählen wir, wenn eben Tourismus wieder normal möglich ist. Und ich möchte Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe dieses Video mitgebracht, möchte es Ihnen zeigen und lassen Sie sich einfach mal für einen Moment auf diesen kleinen Film ein. Ich glaube, was der Gast bei uns erwartet, ist die Ruhe, Service, der Golfplatz, das Grüne, die Natur, das Tramontaner im Rücken unseres Hauses. Das ist einfach, dass auch Kammtema an sich ein sehr ruhiger, kleiner Ort ist. Also ich glaube, diese Abwechslung hier in der Nähe ist wirklich das, was unser Haus auszeichnet. Das ist einfach, was unser Haus auszeichnet. Das ist einfach, was unser Haus auszeichnet. Ja, wir sind, ich würde sagen, eine Oase der Ruhe im mediterranen Ambiente und wir sind Hoteliers aus Leidenschaft. Na, haben Sie auch schon Urlaubslust bekommen und würden am liebsten Ihren nächsten Urlaub buchen? Oder sagen Sie vielleicht, das ist gar nichts für mich. Ich bin eher der Typ, der gerne campen geht. Dann ist das auch völlig in Ordnung, denn dieses Video ziert auf eine Zielgruppe ab. Und ich verrate Ihnen ganz kurz, welche Zielgruppe das ist. Das sind Geschäftsführer von Mittelstandsunternehmen und Konzernunternehmen, die mit dem Privatjet, mit ihrer Yacht oder mit einem Business Class Flug nach Mallorca fliegen. Von Mallorca aus, vom Flughafen aus, circa 20 Minuten mit dem Mietwagen oder mit dem eigenen Wagen rüberfahren ins Kammtema und dort ein Wochenende verbringen. In der Regel bleiben die Gäste zwischen drei bis vier Tage, also ein verlängertes Wochenende und fliegen dann wieder zurück. Die Männer sind meistens Golfer übrigens, weil der Golfplatz genau davor gelegen ist. Die Frauen suchen ein bisschen Ruhe, Wellness ab, Erholung und Entspannung. Naja, und Kinder haben die meisten entweder selten dabei oder den Kindern wird ein Programm unternommen. Naja, und auch für Wanderer und Kletterer ist das Kammtema etwas, aber hauptsächlich der Fokus lag auf Geschäftsleute. Kam das bei Ihnen rüber, diese Botschaft? Wenn ja, dann lassen Sie mich doch gerne wissen. Wenn Sie sagen, nee, die Botschaft kam nicht rüber, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann lassen Sie mich das aber auch gerne wissen, was Sie vielleicht anders gemacht hätten. Und am Ende steht immer die Frage, Werbung, die wie ein Film wirkt, ist wie? Wie ist denn Werbung, die wie ein Film wirkt? Ist es dann noch eine Werbung oder ist es einfach Influencing? Influencing bedeutet ja nichts anderes, dass wir als Individuum eine Verbindung zu einer Gesellschaft aufbauen wollen. Wir wollen als Individuum Teil einer Bewegung sein. Wir wollen Teil eines Besonderen sein, also eines Highlights. Und genau das macht Influencing aus. Viele verbinden mit Influencern den Begriff von Menschen, die in Social Media Produkte bewerben, wie Kosmetikcremes, wie irgendwelche Lifestyle-Produkte oder irgendwelche Sportprodukte, Ernährungsergänzungs, also Ernährungsergänzungen. Aber sind das wirklich Influencer? Ja, sind es. Sind es denn jetzt aber schadhafte Menschen, die anderen etwas Böses wollen und denen ihr Geld wollen? Nein, ganz sicher nicht. Influencer sind in meinen Augen Menschen, die influenzen, die beeinflussen. Und gehen wir mal einen Schritt weiter und nehmen die Begriffe ein ganz klein wenig auseinander. Wer könnte noch Influencer sein? Könnte vielleicht ein Politiker ein Influencer sein? Könnte vielleicht ein Buchautor ein Influencer sein? Sehr wahrscheinlich. Denn der Buchautor nimmt Einfluss. Er nimmt mit dem, was er schreibt, Einfluss auf die Gedanken von anderen Menschen. Ein Politiker nimmt mit seinen Aussagen oder den Aussagen seiner Partei einen Einfluss auf die Gedanken anderer Menschen. Vielleicht auf die Gedanken einer größeren Anzahl von Menschen. Und dann sind wir beim Influencing. Wir schaffen es als Influencer, eine Verbindung aufzubauen zu anderen Menschen, dass diese anderen Menschen gar nicht mitbekommen, dass es sich um eine Werbung handelt, sondern um, oh, das hätte ich auch gern. Ich wäre auch gern Teil dieser Bewegung. Ich wäre auch gern Teil von diesen Menschen, die das schon haben. Naja, und da die Implementierung dahinter ist, dass der Influencer eine große Reichweite hat, gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft also das, was der Influencer einem empfiehlt, mag. Naja, und so sind dann auch Filme, die eben nicht wie eine Werbung wirken. Influencing. Haben wir nun aber den Bereich des Influencings mal auf dem Schirm und überlegen, wie viele Werbebotschaften wir am Tag so um uns herum haben. Mit wie vielen Werbebotschaften werden wir am Tag denn bombardiert? Ich darf Ihnen verraten, die Zahl ist sehr, sehr nüchtern. Über 6000 Werbebotschaften am Tag waren es noch im Jahre 2004. 6000 Werbebotschaften. Das heißt, sie sind 6000 Einflüssen am Tag im Jahre 2004 ausgesetzt gewesen. Wie sieht denn die Zahl heute aus? Ist sie immer noch so erschreckend? Ist sie immer noch so gravierend? Ich muss leider bestätigen, ja, das ist sie. Denn heute liegt die Zahl bei über 13.000 Werbebotschaften im Jahr 2020. Wir sprechen also davon, dass die Zahl sich mehr als verdoppelt hat. Das heißt, wenn wir 13.000 Werbebotschaften am Tag haben, wo kann ich überhaupt noch wahrnehmen, was die richtige Botschaft für mich ist? Ein kleiner Randfakt dazu, der sehr traurig ist. Bereits ab 5000 Werbebotschaften am Tag setzt die sogenannte Werbeblindheit ein. Das heißt also, nach der 5000. Werbebotschaft nehmen Sie gar nicht mehr wahr, was um Sie herum passiert. Sie können gar nicht mehr wahrnehmen, welche Botschaften Sie überhaupt noch sehen. Und es gibt dazu eine interessante Studie, die besagt, dass man, wenn man das Jahr zurückguckt, 1986, lag die Werbewirksamkeit, also das, was sich Menschen an Werbung noch merken können, bei über 34%. Das klingt nach einer enorm niedrigen Zahl. Sie können sich also vorstellen, 34% der Menschen können sich überhaupt merken, was sie gesehen haben, 1986. Heute liegt die Zahl laut statistischen Hochrechnungen bei unter 7%. Das heißt, 7% der Konsumenten, die ihre Werbung überhaupt noch sehen, ihren Spot, ihre Werbeanzeige bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, im Fernsehen, im Radio, können sich überhaupt noch merken, worum es in ihrer Werbung ging. Das ist eine erschreckende Zahl. Wenn wir also davon dann ausgehen, dass Werbung an sich nicht mehr wirbt, sondern, naja, schon fast ein altes Stilmittel ist, fast tot ist, könnte man fast sagen, dann müssen wir überlegen, was machen wir nun mit dem Markt. Und ich habe ein paar Ideen für Sie auch mitgebracht, denn, naja, einfach nur so Zahlen in den Raum zu dreschen, wäre ein bisschen anstrengend, deswegen möchte ich Ihnen ein paar Ideen mit an die Hand geben. Die erste Idee, die ich habe, ist ein kleines Gedankenexperiment. Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, haben Sie sich vielleicht gemerkt, welches Hintergrundbild Sie die ganze Zeit gesehen haben? Haben Sie vielleicht ein ganz besonderes Hintergrundbild auf dem Schirm? An welches können Sie sich vielleicht erinnern? Soll ich auflösen? War es vielleicht dieses? Wenn es dieses Bild ist, dann gehören Sie zu den 7% der Menschen, die sich noch daran erinnern können, was Sie gesehen haben. Wenn Sie dieses Bild nicht erkannt haben und ein anderes Bild vor Augen haben, seien Sie ganz entspannt. Dann gehören Sie nämlich auch zu den Menschen, die andere Ideen haben, die andere Einflüsse wahrnehmen. Denn ich habe hier eins gemacht, in dieser Präsentation habe ich sie gesteuert. Dieses Bild, was Sie hier sehen, wurde an einer bestimmten Stelle so platziert, dass es anders wahrgenommen wird, als die anderen Bilder. Naja, und zusätzlich habe ich dieses Bild mit einem Video verknüpft. Ich habe Ihnen vorhin noch ein Video gezeigt, vom Steigenberger. Dieses Video ist im Kopf mit diesem Bild verknüpft. Denn in dem Moment, wo Sie dieses Bild hier sehen, geht bei Ihnen so eine Leuchte auf von, oh, das könnte ja ein Berg sein. Das könnte ja. Und dann wirkt es so ein bisschen sommerlich. Und genau das macht dieses Bild aus. Wenn Sie andere Gedanken übrigens haben, lassen Sie mich gerne wissen, schreiben Sie es mir gerne hier an. Denn es gibt kein Wahr und kein Falsch in Werbung. Werbung ist das, was ein anderer sieht. Wir als Agentur, wir können natürlich nur steuern, wir können natürlich die ersten Impulse setzen. Aber jeder Mensch ist so individuell und nimmt Sachen anders wahr. Eine kleine Geschichte dazu. Vor knapp zwei Jahren habe ich einen Film gedreht für ein Unternehmen, die sich mit Tieren beschäftigen. Die Person, die das entscheidet, ob dieses Video nun in die Werbung geht oder nicht, hat eine ganz andere Vorstellung von dem Film gehabt, als eben wir, als eben der Rest des Unternehmens, als sogar die Kunden. Diese eine Person hat aber die Entscheidungsgewalt darüber, ob dieses Video nun eine Werbeanzeige wird oder nicht. Die Person hat sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, einen Test zu machen, zu sagen, okay, ich probiere das aus, ob dieses Video so funktionieren könnte. Am Ende haben wir zum Glück mit der Firma und uns und dem Feedback der Kunden es geschafft, die Person so zu überzeugen, zu sagen, bitte lass uns einen Test machen. Lass uns bitte unsere Version gegen eine andere Version gegenüber stellen und das laufen lassen als Werbung. Die Person hat sich überzeugen lassen und wir haben das Video geschaltet und das Feedback war unglaublich. Die Menschen, die das Video gesehen haben, haben gesagt, ich kriege mit was, was ihr anbietet. Ich kriege mit, ich hätte auch gern so ein Tier. Ich hätte auch gern das, was ihr daraus macht. Die Person hat aber wiederum in dem Video etwas ganz anderes gesehen, eine ganz andere Vorstellung gehabt, also die entscheidende Person. Und das Witzige ist, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Ich möchte Sie aber noch ein Stück weiter mitnehmen und zwar möchte ich Ihnen heute ein paar Impulse mit an die Hand geben, die Sie bei sich im Unternehmen umsetzen können. Einer dieser Impulse ist, ich zeige Ihnen einen Unterschied zwischen, wie kann ein Video aussehen, wenn es fertig ist und wie kann ein Video aussehen, wenn es eben noch nicht ganz fertig ist. Und eines möchte ich Ihnen natürlich heute auch noch mitgeben. Ich möchte Ihnen mal den Blick hinter die Kulisse mitgeben. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sieht ein Film aus, wenn er die falsche Musik hat, wenn er die falschen Farben hat und wenn wenig Liebe fürs Detail reingesetzt wurde und einfach so etwas zusammengeschnitten wurde. Naja, und wie sieht es am Ende aus, wenn die richtige Musik drauf ist, das richtige Gefühl, die richtige Stimmung und der richtige Schnitt. Und dafür habe ich Ihnen natürlich noch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, was Sie bereits schon kennen, aber diesmal in einer kleinen, anderen, abgewandelten Version. Und lassen Sie sich einfach mal auf dieses kleine Experiment ein, was Sie wahrnehmen und was Sie sagen, oh, das könnte es sein. Ich glaube, was der Gast bei uns erwartet, ist die Ruhe, Service, der Golfplatz, das Grüne, die Natur, das Tramontaner im Rücken unseres Hauses. Einfach, dass auch Camp de Mar an sich ein sehr ruhiger, kleiner Ort ist. Also ich glaube, diese Abwechslung hier in der Nähe ist wirklich das, was unser Haus auszeichnet. es ist die Power, bis dahint. Ich glaube, was der Gast bei uns erwartet, ist die Ruhe, den Service, der Golfplatz, das Grüne, die Natur, das Tramontaner im Rücken unseres Hauses, dass auch Camp de Mar an sich ein sehr ruhiger, kleiner Ort ist. Also ich glaube, diese Abwechslung hier in der Nähe ist wirklich das, was unser Haus auszeichnet. Schön, dass Sie wieder zurück sind von dem Video und ich glaube, Sie haben den Unterschied schon sehr, sehr gravierend wahrgenommen. Wenn die falsche Musik unter einem Video sitzt, wenn der Schnitt nicht auf den Takt passt, wenn die Botschaft irgendwie gestückelt ist und die Farben am Ende nicht ein Gefühl auslösen, dann wird es mit dem Video schon sehr schwer. Dann wird es auch mit dem Gefühl für den Zuschauer sehr schwer. Wiederum auf der anderen Seite, wenn es dann richtig passt, dann geht man rein in die Story, dann ist man dabei. Und hier ein paar Ideen für Ihr Marketing, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Als erstes möchte ich Ihnen drei Ideen für Ihre eigenen Videos mitgeben. Schritt Nummer eins. Vermitteln Sie Ihre Philosophie als Unternehmen. Was steht für Ihr Unternehmen? Was macht Sie so aus? Was ist Ihre Geschichte? Wo kommen Sie eben auch als Unternehmen her? Und was war der Gründungsgedanke Ihres Unternehmens? Und wie lange sind Sie am Markt? Und viele weitere dieser Punkte sind entscheidend. Also nehmen Sie den Menschen mit in Ihr Unternehmen. Lassen Sie ihn Insider werden. Lassen Sie ihn das Gefühl bekommen, ein Teil Ihres Unternehmens zu sein. Erschaffen Sie als nächstes eine Bindung mit Ihrem Kunden. Nichts ist schlimmer, als eine Werbebotschaft zu bekommen vom Unternehmen und nicht verbunden zu sein. Schaffen Sie eine Bindung, indem Sie den Zuschauer einladen, Teil des Ganzen zu sein. Laden Sie den Zuschauer vielleicht in einem Video zum Tag der offenen Tür ein. Laden Sie den Zuschauer dazu ein, eigene Feedbacks, eigene Ideen, eigene Kritik auch mal zu äußern. Das kann über einen Satz funktionieren wie, wenn Sie diese Idee auch verfolgen, dann schreiben Sie uns doch bitte hier unten in die Kommentare. Oder wenn Sie das anders sehen und für Sie diese Lösung noch nicht funktioniert, lassen Sie es uns bitte gerne wissen. Schreiben Sie kritische Anregungen gerne hier unten in die Kommentare. Was passiert, wenn man kritische Anregungen in die Kommentare schreiben lässt? Naja, also A zeigt man als Unternehmen, dass Sie sich mit dem Kunden verbinden können. Dass Sie den Mut haben, auf Kritik einzugehen. Und wenn Sie dann in den Kommentaren, diese Kommentare, die Sie bekommen, die Kritik ist, ordentlich umwandeln. Das heißt, indem Sie sachlich und locker und leicht antworten, den anderen abholen. Dann zeigen Sie auch Professionalität, wie Sie mit Kritik umgehen. Damit übrigens überzeugen Sie Kunden häufig zum Kauf. Wenn Sie auf Kommentare zum Beispiel bei Google My Business und dort, also wenn Sie dort Kundenbewertungen bekommen und Sie gehen dort offen mit einer Idee von, wir würden gerne etwas verbessern oder wir nehmen diese Kritik des Kunden auf, eingehen, dann können Sie nur gewinnen. Denn selbst ich als Kunde und ich gebe Ihnen diese Idee mal mit, vielleicht entdecken Sie sich selber. Ich als Kunde, ich schaue mir häufig Unternehmensbewertungen an und gucke, okay, wie steht es um das Unternehmen? Und besonders bei den kritischen Bewertungen schaue ich genau hin. Ich bin so ein Mensch, ich gucke mir erst an, was sind die guten Bewertungen, dann schnappe ich mir so zwei schlechte Bewertungen, gucke, was war die Reaktion des Unternehmens? Wie sind die mit der Kritik umgegangen? Wie sind die eben damit umgegangen, wenn einem Gast oder einem Kunden etwas nicht gefällt? Und dann entscheide ich mich vielleicht fürs Unternehmen, weil ich sehe, hey, die sind offen, die haben das Mindset für Entwicklung. Kommen wir zum dritten Schritt, den Sie für Ihre Videos mitnehmen können. Lassen Sie Ihr Team für sich sprechen. Lassen Sie die Menschen für sich sprechen, die mit Ihnen gemeinsam Ihre Vision umsetzen. Nichts ist wertvoller als die Idee oder die Meinung eines Mitarbeiters. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Menschen, die für Sie umsetzen, die Ihre Ideen umsetzen. Lassen Sie diese Menschen für Ihr Unternehmen sprechen. Lassen Sie diese Menschen darüber sprechen, wie gut es in Ihrem Unternehmen ist oder was manchmal eben vielleicht nicht so gut läuft. Auch das darf Teil eines Mitarbeiters sein. Und genau diese Menschen, die über Sie dabei sprechen, das sind eure auch Meinungsverstärker. Überlegen Sie mal den Gedanken, ob Sie vielleicht nicht ein Video kennen oder eine Werbebotschaft kennen, wo ein Mitarbeiter eines Unternehmens über die Idee und die Philosophie eines Unternehmens spricht. Ich kann Ihnen einen ganz, ganz, ganz Bekannten mitgeben. Ivy von Apple, dem Chefdesigner von Apple schlechthin. Was macht dieser Mann? Er sitzt in einem Interview und spricht darüber, how round the borders are. Also wie rund sind die Ecken? Aber der Mann spricht so leidenschaftlich über abgerundete Ecken, über wie dünn ist ein Smartphone geworden und mit welcher Präzision wird es hergestellt und wie leidenschaftlich werden diese Kanten gefeilt. Meinen Sie wirklich, dass bei Apple irgendwer in der Fabrik sitzt und ganz leidenschaftlich die Kanten rund feilt, der da wirklich minutiös sitzt und sagt, oh, das ist noch nicht rund, das muss ich noch zweimal rund machen. Das muss ich noch rund machen. Jetzt ist es rund. Das macht eine Maschine. Und im schlimmsten Fall machen das dann auch noch Menschen, die dann das nochmal nachgeraden müssen. Aber so wie er darüber spricht, holt es einen ab. Und das gilt es in Mitarbeitern zu finden. Schnappen Sie sich Ihre Mitarbeiter, befragen Sie sie, fragen Sie sie mal aus, lassen Sie sie einfach mal erzählen, was an Ihrem Unternehmen so schön ist oder eben nicht so schön ist und dann packen Sie das in ein Video. Denn das überzeugt Kunden am Ende. Naja, und damit nicht nur die Ideen für Ihre Videos dabei sind, sondern vielleicht auch was für Ihre Marketingabteilung, denn vielleicht haben Sie ein Team, was Ihr Marketing umsetzt. Vielleicht setzen Sie das Marketing selbst um, sind Teil dieser Abteilung oder Sie suchen noch ein Marketing. Aber ich gebe Ihnen drei Ideen mit, die Sie ab sofort umsetzen können in der Werbung. Drei Gedanken für Ihr Marketing. Als allererstes entwickeln Sie eigenen Content. Das klingt jetzt super einfach. Und ich weiß, dass in Ihrem Kopf vielleicht sogar der Gedanke ist, was soll ich denn an Content entwickeln für unser Unternehmen? Gehen wir einen Schritt weiter. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihrem Unternehmen Werbebotschaften platzieren, ohne Werbung zu machen, indem Sie ganz einfach zum Beispiel Anleitungen zu Ihrem Produkt rausgeben. Was kann ich mit Ihrem Produkt machen? Was kann ich noch mit Ihrem Produkt machen? Wie kann ich Ihr Produkt zum Beispiel kombinieren mit anderen Produkten? Welche zusätzlichen Anwendungsfälle gibt es? Wie kann ich Ihr Produkt im Detail genau benutzen? Und einer übrigens der Klassiker und mittlerweile Favorites im Internet und bei YouTube sind Unboxings. Wie sieht das Paket aus? Was ist enthalten? Wie wirkt die Qualität eben auch über Detail Shots, über Farben, über vielleicht so einen Hintergrund der Bundes? Damit können Sie Menschen abholen. Und das müssen Sie nicht mal selbst machen. Sie können auch einfach sich Menschen suchen, die sagen, hey, ich habe Bock auf Ihr Produkt und ich mache das mal. Schalten Sie bewusst Werbung. Das ist einer der Schlüssel, den ich meinen Kunden immer wieder in die Hand gebe, wenn Sie einen Image filmen wollen. Sie müssen einen Imagefilm auch nutzen. Es gibt so viele Menschen, die produzieren Werbung und produzieren Filme und dann laufen diese Filme am Ende in einem Unternehmen im Showroom. Oder sie laufen nirgendwo. Wenn jemand Ihren Imagefilm nicht sehen kann, wenn jemand Ihren Trailer oder Ihre Produktwerbung nicht sehen kann, dann kann ich den auch ganz einfach nicht wahrnehmen. Naja, und was ist der Schlüssel? Schalten Sie bewusst Werbung. Nicht nur in den schlechten Zeiten. Ich rede auch davon, dass Sie in guten Zeiten Werbung schalten. Zwei bekannte Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben anfangs einen der größten Fehler gemacht. Sie haben Werbung nur dann geschaltet, wenn es schlecht im Unternehmen lief. Also immer wieder, wenn alles am Brennen war, wie man so schön sagt, kam das Unternehmen auf uns zu und hat gesagt, hey, wir müssen wieder neue Werbung schalten. Bei uns stehen die Zahlen gerade schlecht. Aber wie seid ihr da hingekommen, dass die Zahlen wieder schlecht stehen? Naja, weil ihr in der guten Zeit kein Werbebudget reingesteckt habt. Das heißt, schalten Sie bewusst Werbung. Schalten Sie Werbung, wenn es nicht gut läuft. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Sie haben. Nutzen Sie kostenfreien Content. Nutzen Sie bezahlte Werbung. Also schalten Sie Werbung auf Instagram, auf YouTube, auf der Plattform, auf der Sie vielleicht eben die besten Kunden erreichen können. Und last but not least, schalten Sie bitte die Werbung auch dann, wenn es gut läuft im Unternehmen. Denn wenn Ihre Zahlen gut stehen und Sie mehr Werbeetat haben, dann können Sie diesen Etat auch da reinstecken, Werbung mehr zu schalten, aktiver zu schalten, vielleicht sogar größer zu schalten, also an einem größeren Umfang. Und dann erreichen Sie mehr Kunden, machen mehr Budget und stecken erneut mehr rein. Und das ist ja ein Rattenschwanz, da brauche ich ja nicht drüber reden. Aber vielleicht ist diese Idee nochmal ein guter Ansatz, Sie ein zweites Mal zu hören, denn ich denke, diese Idee hatten Sie schon lange. Auf den dritten Punkt gehen wir genauer ein. Sehen Sie Ihre Marke im Ganzen. Sehen Sie Ihre Marke nicht nur als Teil von, okay, ich muss jetzt Werbung schalten, wir müssen ein neues Produkt entwickeln, wir müssen unser Produkt verbessern oder unsere Bewertung von Kunden überarbeiten oder ja, was machen wir denn nächstes Jahr für ein Produkt, sondern sehen Sie Ihre Marke als Ganzes. Versuchen Sie herauszufinden, was Menschen an Ihrer Marke fasziniert. Ich mache ein Beispiel aus dem Dienstleistungssektor im digitalen Bereich bei uns. Wenn unsere Kunden zu uns kommen und sie wollen eine Webseite kaufen, sie wollen den Markenaufbau kaufen oder sie wollen ein Imagevideo kaufen oder vielleicht etwas produzieren, dann ist das ein erster Schritt. Und irgendwie war das mal so, dass dann Menschen zu uns kamen und meinten, ja, so das mit den Videos ist ganz cool, aber wir würden irgendwie auch gerne Online-Kurse aufnehmen. Da habe ich gesagt, naja, ich kann euch ja zeigen, wer das im Unternehmen machen könnte. Nee, wir würden das gerne doch schon mit Ihnen gemeinsam machen. Und daraus entwickelte sich die Idee, dass wir nicht mehr nur Imagefilme produzieren, sondern dass wir Unternehmen zu uns holen ins Studio und mit Ihnen hier im Studio produzieren, weil die Nachfrage des Kunden da war. Und dann haben wir wieder gefragt, haben gesagt, okay, jetzt hast du ja diese Videos, was machst du damit jetzt? Naja, ich weiß nicht, ich glaube, ich schalte hier auf eine Plattform. Und dann kam uns die nächste Idee. Okay, also schauen Sie, dass Ihre Marke so wächst, dass Sie die Kunden mitnehmen, dass Sie die Ideen Ihrer Kunden mitnehmen. Dass, wenn es heißt, ja, ich schalte hier auf eine Plattform, wissen Sie denn schon welche? Nein, weiß ich noch nicht. Sollen wir Ihnen eine Empfehlung machen? Sollen wir die vielleicht auf Ihrer Website mit einbinden? Oh ja. Sollen wir Ihnen vielleicht helfen, einen YouTube-Kanal aufzubauen? Oh, tolle Idee. Nehmen Sie diese Ideen mit. Das sind jetzt sehr, sehr pragmatische Beispiele, aber das sind Ideen, die Sie von Ihren Kunden nehmen können und umwandeln können. Hören Sie also genau auf die Kritik Ihrer Kunden, bauen Sie eigene Produkte daraus und dann haben Sie schon wunderbar das Ganze umgesetzt. Also die Marke im Ganzen sehen. Naja, und das Beste, was man machen kann, ist, man holt sich einen Partner für die Umsetzung. Deswegen habe ich mir überlegt, was wäre schöner, wenn man die emotionale Markenbotschaft gemeinsam entwickelt. Wenn Sie die Punkte bekommen, die wir von außen sehen. Mein Team und ich sehen bestimmt andere Sachen in Ihnen und in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Leistung, in Ihren Produkten, als Sie selbst. Vielleicht sehen Sie manche Sachen kritischer als wir. Vielleicht haben Sie manche Sachen noch gar nicht gesehen, die wir als Außenstehende, als Agentur, die das schon ein paar Tage macht, auch anders sehen, wo wir sagen, hey, das wird eine coole Sache sein. Mein Name ist Oliver Albrecht, ich bin Regisseur und Medienexpert und ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ein paar kleine neue Impulse zu nutzen und in diese Welt der Filme einzukommen.